hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei paul wird wie wir auch im letzten stream angefangen habe bauen wir unsere base um wir ziehen um und zwar auf einem ganz neuen farming spot wir haben ja schon das ganze material rüber genommen und wir bleiben aber nicht hier an diesem ort es gibt einen sehr interessanten ort in dem bereich hier dafür werden wir jetzt habe ich schon eigentlich die polstischen habe ich schon weggenommen das ist etwas dumm gut ist aber nicht schlimm wir werden einfach hier mal die polstischen neu aufbauen wo sind diese ungefähr geht mir im knell noch immer nicht gut ja ich habe keinen unfall und momentan ist meine riesige knie am arsch wo ist der komische vogel der hier die haben jedoch paar mal gefangen wo war bei der christ feier von meinen älteren sind die schlechte ob die knell gefühlt für strappen rufgegangen sind um lohnisch szenen entzündet am knell wofan konnte schuldet laufen denn nicht schon dort miste kratzen hund geht los schon gut steckt besser aber trotzdem kann ich noch nicht wirklich drüppeln jedenfalls nicht lang merci vielmals aber was geht bei dir so ein neues ich habe gar nicht zu viel ich nehme den hier ich muss aber auch den gläuter mitnehmen da hat fredmisch ich sage mich ja das immer gut so wir müssen jetzt hier die richtung eingehen also genau nach not so gut was soll ich da du grüß erzählen ähm marte johre geht nicht besser also sind zehn jahre dabei du erzählst mir du ein echt neues so so äh, scheiße, das tut uns nicht gut. Wow, ich hoffe, ich geht durch, ich hoffe, ich geht durch, ich geht durch. Das geht natürlich nicht durch. Nein! Scheiße. Aber, was ist denn echt, du wirklich empfiehst, du, ich blieb in der Luft? Na voll. Komm. Mann, dann blickt es ja Mutzern an der Mauer. Oh, da ist ein Ball. Aber du hast es dann schönes an der Mauer und gemacht. Nee, du hast keinen Stress aufhören können, du bist so dumm. Ich muss jetzt selbst etwas suchen, wo genau die Stelle ist, ich weiß es nur ungefähr. Hier haben wir mal noch eine Seele, ähm, hallo, wieso habe ich die Seele nicht mitgenommen? Oh, liebe Güte, was ist das denn für ein Vogel? So, ich glaube wir müssen hier in die Richtung. Ich hoffe, der lässt uns mit in Ruhe, natürlich lässt der uns nicht in Ruhe, das ist schlecht. Komm zurück. Gut, ich glaube, hier müssen wir hoch. Sitzel lingu retrouve zusammen bei Eff., Guck, zwig een BW 41-orph auto zu ABD cre aciner uses in Ruhe, der ist erst oder auch sehr süß, voir sie mit dabei seinタyl zeige, Und den dritten möchte er auf einem Flamma. Ich habe keinen Scalz Luft und Abde木 xisode vergewichtert. Du hast schon einmal in Ruhe nach in Ruhe-S Nered. Das ist eine Sache, das ist perfekt in Ruhe. Und im Bravo und appetigert sein. Ich hoffe wir müssen hier den Berg noch weiter hoch. Der Vorteil von diesem Berg wo wir jetzt unser Lager aufschlagen ist halt so dass wir da ungestört bauen können ohne dass uns jetzt irgendwelche Fischer hinterher rennen. So haben wir den auch ich hoffe wir sind hier absolut richtig. Und hier gibt es noch ein Ball. 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 Wenn ich hier geradeaus gehe komme ich zu einem nächsten Turm. Das sehe ich gerade. Und wir nähern uns unserem nächsten Teleporter. Das ist auch sehr gut. Ich bin zu dumm um das aufzuheben. So. Die Eier nehmen wir mit. Und hier ist die. Hier sind sehr starke Pols unterwegs. Level 39. Weiß ich. Wait a minute. Ist das? Ne. Doch oder? Ne. Von hier aus sehe ich nur. Hier bin ich jetzt bescheuert. Wenn ich hier gerade ausgehe sehe ich einen Turm. aber der ist viel weiter. Ich glaube das ist der Vulkan. Ja. Unser Vogel ist etwas lahm. Arschig. Ist definitiv nicht der schnellste aber ist nicht schlimm. Besser wie kein Vogel zu haben. Also was ist unser Ziel heute? Also unser Ziel ist es auf die Farmung von Anubis hinzuarbeiten. Anubis ist ein Pol der erinnert ganz stark den Pokémon Lucario wenn ich mich nicht irre. Aber wie auch immer. Die Ähnlichkeit ist jetzt nicht von Belang. Es geht rein hier drum dass das Ding sehr sehr stark ist. Und man kann ihn ihn regulär fangen ab Stufe 47 weil das Ding ist sehr stark. Auch mit Level 50 hat man noch Probleme das Ding einzufangen. Und man kann es aber sich zusammen farmen anhand der Zucht. Und das ist jetzt unser Ziel. Wie wird denn uns ein Anubis züchtern? Das sieht mir schon fast wie ein Schloss aus hier. Oha hier gibt es ein Mammut Stufe 40. Das ist sowas wie ein Labyrinth ziehe ich gerade. Mit Sensoren können wir nicht interagieren. Mal schauen wie hoch wir kommen. Wir machen hier ein Zwischenstopp und dann fliegen wir weiter hoch. So. Ich glaube wir fliegen dann zu der Seite und versuchen nochmal weiter höher zu fliegen. Wenn dies klappt. Und ja das klappt soweit. Sehr schön. Das ist nicht der gleiche Berg wo wir unser heftiger Kampf hatten. mit der Pflanzenlady. So. Und dann versuchen wir hier nach oben zuerst mal Stamina aufbauen. Versuchen für den Turm hoch zu kommen. Oh da liegt ein Ei. Ich hatte gelesen Anubis kann man mit sehr viel Glück auch als Ei in der offenen Welt finden. Einfach so. Okay. Das sieht mir übelst komisch aus. Die Stelle da. Aber so wie es scheint gibt es da oben noch einen Turm. Den werden wir auch versuchen zu erreichen. Ich hoffe wir krachen jetzt nicht hier richtig hart nach unten. Das wäre nicht so geil. Wir gehen jetzt mal Richtung Tiefflug. Gott sei Dank solange wir auf dem Vogel sind kriegen wir nicht so einen heftigen Fall Damage. Bis hin zu gar keinem. Aber ich denke das ist unser Ziel mal da auf den Berg zu kommen. Oh da war ein Ei. Da war ein Ei. Das nehmen wir mit. Fruschtes Ei. Was loschtet denn da so runter hinten. Ja gut. Wenn wir jetzt da runter gehen brauchen wir Ewigkeiten wieder um nach oben zu kommen. Weil wir hier schon ziemlich gut auf einer Anhöhe sind. Ich denke einer der nächsten Ziele ist es auch mal die Rüstungen für die verschiedenen Temperatursohnen fertig zu stellen. Weil momentan habe ich eine sehr billige. Oh Scheiße dafür wird dann angegriffen. Das ist nicht gut. Flieg Vögelchen flieg. Etwas die kann uns nicht hier nachverfolgen. Oh jeez. Oh Scheiße, 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 Scheiße. Man kommt wirklich bis zum Baum. Interessant. Schön wenn er Hunger hat. Habe ich überhaupt noch Essen bei mir? Ja, ich habe genug Essen oder so. Was heulen die denn rum? Ich denke, dass sie schlöscht. Ah doch, hier gehts. Ich habe mich mal gespannt, was sie uns beim Baum erwartet. Ich habe mich mal gespannt, was sie schlöscht. Oh Scheiße, wir können hier nicht wirklich landen. Das ist belastend. Ah doch, hier. Dann weiter hier nach oben. So, weiter gehts. Wir haben die Spitze fast erreicht. Ja, der Turm wird mir jetzt markiert. Okay, wir müssen hier landen. Und hoch mit uns. Und hoch mit uns. Und es gibt auch ein Teleporter. Auf der Spitze ein Ei und ein Jumbo Ei. Also, wir können davon ausgehen, dass da was richtig geiles drin ist. So, versuchen wir wieder auf den Turm. hier zu landen. Hey. Hä? Bin ich stumm? So, der ist gesaved. Da gibt es auch einen Teleporter Punkt. Den nehmen wir auch. Schlüssel habe ich leider jetzt keine bei mir. Das war dumm von mir. Das war dumm von mir, dass ich da keine Schlüssel mitgenommen habe, weil die kriege ich nur. Genau. Und wir haben hier noch ein Ei. Und ich sehe gerade, dass da hinten uns noch ein Turm erwartet. Aber meine Neugierde zieht eher den Baum an. Und da hinten ist auch was noch auf dem. Und da hinten ist auch was noch auf dem. Das ist doch was aus meiner Tasche. Was soll der Blödsinn? Und da hinten ist auch ein Turm. ich wollte schon die ganze zeit zu diesem baum ich möchte gerne wissen was da los ist so Okay. Ah, doch, da gibt's was. Den T-Porter nehmen wir auch. Zumindest haben wir wieder viele schöne Eier. Oh, p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Nein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Gigasphäre. Und noch ein Ei. Okay. 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 Dann schauen wir mal, ob wir da ankommen. Der Baum ist schon heftig. Okay. 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 Schlecht. Ich stehe nicht. Oh, Bappo, was tun ich nur schon? Ich war voll. Ja. Deine Träume nicht lang gestreamt. Hast du gesehen? Ich hab nicht drauf gepasst. Wegstatt lang. Also sie haben plus die Toko Toko hin, doch man. Eine Menge Mauer saß stehen. Ich hab meinen Stream am Fong, guck mal an. Ja, muss ich da gerade los attackieren gehen. Also bringen sie selber um die verdonderende, okay? Mhm. Puh, Alter. Ich kann das nicht trauen. So geschieht. Ich probieren, da hat mal ein Kerje. Denen sie so hoch überfallen. Ich weiß nicht, wie ich halt ganz Holz darüber kriege. Der sieven da sind Holz. Aber sie. Was sind schon ganz hier, so Bappel? Geh ja. Mal kurz. Mal kurz. So, die erschießen die Kuchbis, äh, schreckt voran. Yo, Arlen. Sieg überdrehen wird. Was ist? Das war... Oha, ich nehmt, das muss ich noch mehr beid. Na, wird russisch. Mhm. Mhm. Ah, mein Gesick. Danke für den Lurk-Dragon, hi. Bye. Bye. Oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächstes Jahr. Nächstes Jahr bist du dabei. Ich habe aber tolle Geschenke bekommen, also. Hat mich echt gefreut. Warte, ich kann dir ein Bild schicken eigentlich. Da bist du. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Oh. Also Beppe, wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich hier, also wenn du bei mir guckst, ich muss nach links. Warte, ich mach da jetzt viermal an. Habe ich das richtig verstanden? Warte. Da, nach links. Warte, ich guck mal. Warte, ich guck mal. Da, nach links. Hm. So. Einen Moment, ich muss mal in der Map schauen. Oder hi. Genau, also Wattmann, du bist heute bei dem Bluen. Oh, hi. Muss ich rüber. Ja, da, nach links. Warte, du hast den Gehlen, du. Du hast den Gehlen. Nee, du bist, äh, nee, bist du mir hoch? Mir hoch? Da. Nee, geh mal mit mir hoch. Du wirst hier, dein komische Gehlen, genau. Du, nur links. Nein, nur links. Äh, warte, Moment. Äh, warte, Moment. Äh, du brauchst du dann direkt beim Vulkan. Du musst du, äh, ein bisschen rüber gehen. Du, von du, als du, als du, dein Cursor bist. Ein bisschen rüber. Ja. Hi. Äh, noch weiter rüber, noch weiter rüber. Ja, gleich. Ja, du hast das Gebiet noch nicht geguckt. Na, nee, ich muss aber an die heute richtig. Ja, richtig. Okay. Okay, ich war nicht. Merci. Ich bin echt lieb. Ich bin echt lieb. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 die sachen stehen größtenteils hinter mir da das von beppo war auch der hund die tasse steht dahinten und steht steht hier ja ich habe mich echt gefreut so angst hier den arsch aufgerissen zu bekommen muss mich ja jetzt jeden tag online online stellen damit die leute anscheinend sehen dass ich im disco bin ich habe doch gar nichts gemacht ich werde sofort hier attackiert ich habe gar nichts gemacht jetzt sind weg das habe ich nicht bekommen krieg ich den jetzt weggefickt ist da oben dieser blöde behinderte saurus mann da muss ich hin ich habe mich verloren hast du feng lopez schon gefangen feng lopez welche nummer ich habe sie noch nicht gefangen aber sie ist hier gleich sofort neben mir level 25 ne hab ich schon nicht halt ich höre meine musik nicht viel dann fack mich gar nicht ab süße arbeitest du heute die doch weg scheiße ich muss morgen auch wieder arbeiten gar keinen bock ist nicht richtig bitter so früh aufzustehen und so früh schlafen zu gehen ich habe sofort schon meine airpods hier liegen zum aufladen weil ich vertrag die leute nicht bei dem ich morgen so vollquatschen komme nur in urlaub geh weg würde mich nicht wundern wenn morgen wieder schon jemand gekündigt hat bei uns oder gott weiß was meine erste frage immer wenn ich aus dem urlaub komme ist wer hat gekündigt das war nur immer so und das hat eigentlich auch fast immer jemand gekündigt so wo ist denn jetzt das schöne schneckchen ja ich würde gerne ich würde sehr gerne johnny ich würde das sehr gerne tun aber ich glaube dann werde ich weg geklatscht das habe ich dir getan dieser behinderte saurus mann der hindusaurus warte lass mich die kiste aufmachen mit dem kämpfen behinder 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 Wo ist diese blöde Anti-Lupe? Ich bin viel zu weit, das ist hier unten. Aha! Hi Bruder! Ich mag das nicht, wenn man Granaten auf mich schmeißt. Rudi, Rudi, man kann über alles reden. Jetzt reicht es mir. Bum-Bum. Bum-Bum-Bum. Bum-Bum-Bum. Wenn die Beppo hier ist, keine Anti-Lupe. Bum-Bum. 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 Bum. Bum-Bum. 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 ich hab den vorteil halt 40 ich hab halt den vorteil und diese bekloppt ein filuppe nicht ich glaube ich habe die wüste gefunden ich stehe davor jana sagt ein bippo tschuldigung bippo war nicht laut deswegen muss ich ihn vorhin lauter stellen eigentlich der behinderte sauber ist ja leute wie gesagt ich versuche euch ja alle beieinander zu bekommen aber wenn der eine da wo und der andere da in deutschland der andere da der andere da der andere da es ist ein bisschen schwieriger könnt ihr nicht alle umziehen ja könnte nicht alle nach lukzmuck ziehen oder naja luxemburg ist teuer abett wo ich auch nicht in luxemburg bin die einzige die in luxemburg wohnt wenn ich die wahl hätte würde ich ja auch woanders hinziehen warte warum habe ich keine ausdauer warte was ist das die cd von gestern die gerade läuft ich möchte irgendwas das mich auftritt nicht dass mich depressiv macht ist das ja nicht die wüste das sieht mir aber ganz stark an der wüste aus ich glaube das hier ist eine wüste man kriege ich das jetzt nicht so nanananana oder bist du level 37 verarscht du mich die schildkröte nein auch so ein ähnliches vieh obsidian kratzer das ist aber nicht die wüste oder Nee. Oh. Bin ich hier irgendwo, wenn ich gleich den Arsch versorgt bekomme? Kann passieren. Toll. Heißen. Also er ist im Lurk, er kriegt aber schon mit, was wir reden. Also wir dürfen ihn jetzt nicht beleidigen oder so. Ich denke nach Fisch. Ich glaube, ich muss höher. Ja, ich muss hier höher. Doch, könnte mich beleidigen. Ich siehste, er hört's. Deswegen musst du ja aufpassen, was du sagst. Auch wenn die Leute im Lurk sind, heißt das nicht, dass sie nicht zuhören. Die beleidigen keine Leute. Wir beleidigen die Leute nur hinter ihrem Rücken. Jetzt wird's auch noch dunkel. Ich müsste mein Zimmer mal wieder heller machen, aber ich hab gar keinen Bock. Guck, er sitzt hier richtig so schön in meiner Höhle. Jana würde dich eh nie beleidigen, ohne dass du's suchst. Pizza. Water, water, water. What? 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 Ja, die Hitze musst du aushalten. What? 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 Aber ich fliege weg, man. Ja, gut. Hitz. Du kannst da, Hitz, ne Fuchler. Ich fall, ich fall. Drei, zwei, eins. Plumps. Was ist das? Du musst deine, äh, Oh mein Gott! Eine Rüstung holen, die Tod's da ist halt. Scheiß, kommt ihr mit dem Flammenwerfer. Was ist denn wohl, Mack? Alter, wenn ich jetzt hier krepiere, werde ich richtig stinkig. Lasst mich doch einfach in Ruhe, ihr Penner. Was ist das? Ein Reptiro. Ein Reptiro. Ein Reptiro. die fresse weiter wer jagt mich denn das ist der berg hier muss ich hingehen oh mein gott ist das ein schönes dingens ein blaze hole noct welches blaze hole was ist das so ein löwe ah den hab ich den hast du ja der ist level 36 ja bruder ja ich hab den weil ich hab den in einem ei bekommen ach so den kannst du aus einem jumbo ei ziehen naja ich geh einfach vorbei in dem dem netten kätzchen du kannst auf dem reiten ja ich will aber grad nicht von dem reiten weil ich glaub der macht mich tot ja ich will ihn auch haben aber guck ihn hast du gesehen wie stark der ist hm 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 er fickt mich kreuzweise er fickt mich kreuzweise er fickt mich kreuzweise in eine andere Parallel ich muss ihn nicht anmachen das ist ein bisschen zu krass wie ich hier sitze wie geil denn der schnitt doch jetzt aber man will mich auch nicht sehen du bist ja nicht in meinem stream um meine fresse zu säen man doch da hi der wird mich so bürsten bürsten der wird mich zu tode bürsten wir können kommen mal vorbei okay genau quatsch Jana so hübsch bin ich nicht ... I just can't get enough. I just can't get enough. Hier, aber da ist noch so einer. Da ist einer, mal. Batsch, hier noch. Ja, man kann auch sehr gut leben, ohne mein Gesicht zu sehen. I just can't get enough. I just can't get enough. Das ist noch einer. Wie hübsch der ist, ne? Gar keine Lust, aber von dem hier, ähm, gefickt zu werden. Also entweder bin ich zu dumm, oder ich überfliege die Wüste, weil... Bruder, ich geh jetzt nur vorbei. Ich geh nur vorbei. Oh mein Gott. Hier ist ne Burg. Ah, mir ist zu heiß! Ah! Dann bist du sie einer und der Wüste. Das heißt, wenn mir so heiß wird, bin ich zu nah an der Wüste. Ich lauf weg, weil ich schläge rein. Geh in Richtung vom Meer. Das wird ja auch nicht kühler. Ja. Das wird ja auch nicht kühler. Ich bin hier so bei einer Burg. Ah, ich hab verstanden. Ah, da ist ein Ding, das möchte ich haben. Ah, sie hat ihr Armband gefunden. Zuhause. Aha. Gott sei Dank, ich hab meine halbe... halbe Bude auseinander genommen, um ihren Dingens dann zu finden. Oh, Jana, das tut mir weh im Herd. Wenn du sowas sagst, nur der Charakter zählt. Ich finde, nur der Charakter zählt, sagt man zu hässlichen Menschen. Äh, wie kann ich zwei von den Teilen bauen? Ach, das ist ja geil. Okay. Das heißt, ich könnte hier eine Festung bauen und da hinten meine Formen fürs Obbauen. Batsch, Jana. Ich hab nie gesagt, du bist ein hübscher Mensch. Du bist ja ein hübscher Mensch. Okay. Es wird immer, wenn man einem Menschen sagt, nur der Charakter zählt, das ist immer so ein schöner Umschreibung. Keine Ahnung. Weißt du, auch wenn du nicht hübsch bist, nur der Charakter zählt. Du bist hässlich und du bist stolz. Deswegen. Deswegen. Versteht ihr, wenn jemand sagt, nur der Charakter zählt. Nee, auch der Charakter zählt, okay? Ihr würdet doch... Jetzt... Ganz ehrlich, Leute. Lügt mich jetzt nicht an. Würdet ihr einen Menschen ansprechen, ihr würdet doch einen Menschen gar nicht ansprechen oder daten wollen, der euch dem Aussehen nicht entspricht, was ihr haben wollt. Egal, ob er den wunderschönsten Charakter auf der Welt hat, ihr werdet diese Person nicht ansprechen, weil ihr sie hässlich findet oder nicht attraktiv. Also, nix mit nur der Charakter zählt, auch das Aussehen zählt. Ihr seid doch trotzdem froh, wenn ihr einen hübschen Freund oder eine hübsche Freundin habt, ne? Inhaun, Werte zählen. Du bist so ein Penner. Also, liebe Leute, bedenkt immer, von einem schönen Teller kann man sich nicht satt essen. Du sprichst mir aus der Seele, Wippo. Das Aussehen zieht an, Leute. Und der Charakter hält fest. Habe ich mich noch gerettet? So, Kim ist schon noch gerettet, was ich noch nicht wusste. Okay. Ich kann zwei Barsen noch bauen. Ich meine ein Konzept über gewissem Level, ne? Das wusste ich nicht, wenn ich, äh, ich habe eine neue Polebox gebaut auf dem Farmingplatz. Und wie? Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe mit meinen Sachen sichern, und ich habe gesehen, dass du einfach nach meiner Polebox steht. Ich kann nur, äh, ich will zwei Poleboxen tun. Und ich meine, ich kann auch profitieren von Dinger. Boah, ich mache jetzt was richtig Dummes. Was ist nicht verstehen? Hier im nächsten Update soll PVP kommen. Okay. Du kannst jo keinem joinen. Jo, du kannst den joinen, die, ja. Jo, gut, aber da muss ich immer alles neu machen. Ja, dann ist bisschen dumm. Oh mein Gott, ich werde so sterben, ich werde so sterben, nur weil ich diese Scheiße da haben will. Komm, 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 Wir stellen euch mal gerade froh, kann ich 13 Pols und ob da an andere Seite 13 Polson? Das wäre interessant. oh mein Gott, ich werde so Incredilian. habe noch einen schönen abend und viel spaß in paul wollen danke lass dich nicht ärgern und danke für die bits sprach der titel ich brauche stoff und stoff also durch stoff ein bisschen holz die ja lust nicht na wenn ja noch zu viel stress hat dann komme ich die weghauen ich schreibe die sowieso morgen noch ich muss noch was mit ihr besprechen jetzt muss ich gucken wie viel brauche ich für diese scheißkissen die button für die pol zu bauen was brauche ich dafür sind diese bitte ich brauche nägel ich brauche stoff ich habe meinen stoffen entschuldigung ich brauche nägel funktionsnägel gut dann heißt es hier morgen süßer schnell reise zu meinen so kriegen die jetzt betten montiert wo ist denn diese verfickte lupe man wenn ich behindert ja ich bin behindert jetzt hier rein jeder der irgendwie arbeiten kann nehme ich hier rein oh mein gott ein genick hat gerade so übelst gekracht das heißt du hast dir eine rüstung gemacht für gegen hitze oder was ja ich habe immer noch meinen poppet soll besser Entschuldigung. Trink immer noch an meiner Kiddie Bowl von gestern. Was? Na, schau. Was muss jetzt noch was zu tun? Ich überlege gerade, wie viele Red Bull ich heute schon mal trunken habe. Oh! War ich fast neben den Stuhl gefallen. Ich müsste sexy PQL im Stream. So, ich werd den Becher so auslutschen. Das ist mein letzter. Ich glaube, ich gehe hier ein bisschen weiter. Oh, ihr kriegt alle jetzt ein Bett gebaut. Oh Gott. Oh, ich dachte jetzt wäre mein... ...Wolf zu tief gefallen. Ein Bett. Zwei Bette. Viertes Bett. Viertes Bett. Weil echt, dann lässt diese Zicke... ...mich meine ganze Wohnung auseinander nehmen... ...um dieses scheiß Armband zu finden. Ich bin jetzt zu Hause verloren. Oh, der... Ah, Behindosaurus. Eins, zwei, drei, vier, fünf... ...ääh, viel, viel Bette habe ich jetzt hier aufgrund... ...und jetzt... ...eins, zwei, drei, vier... ...fünf, sechs, sieben, acht, neun... ...das ist gut. Ich brauche noch ein Zehntes Bett hier. Erst Mozzarella. Elf. Elf. Und... ...dreizehn. ...dreizehn Bette. So, baut eure Bette schnell auf. Ich gebe euch auch was zu essen. Eine Essensbox. Oh, ja. Oh, ja. Rrrr. 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 So, wichtig ist es jetzt, dass ihr... ...das heißt, rein theoretisch könnten wir... ...könnte ich meinen ganzen Scheiß... ...umziehen in... ...ne andere Base, ohne... ...mich halb tot zu schuppen. Okay. So, ich muss hier aber... ...was ändern, weil... ...s... 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 ...haben die kein Essen. Ich würde den hier wegnehmen... ...den hier wegnehmen... ...und ich setze dann hier... ...feuer ein. Haltet, ihr habt eine Angst vor meinem Wolf? Hahahaha. Ich find's super. Ja, so hier die Richtung... ...so übelst... ...ich bin so schlecht. Ich bin Pfadfinder. Und ich... ...ich check die Wege nicht. Schlechter Pfadfinder bin ich. Ah, Wolfi. Die können jetzt da hocken... ...und ich hier meine Base bauen. Jetzt seh ich ja, ob das kloppt. Können Sie bitte weggehen. Danke. Tatsächlich. Ich kann... ...hier auch nochmal... ...13 Pols... ...reinsetzen. Oder alles gut. Wie, das heißt... ...wir können 26 Pols einsetzen. ...joh... 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 ...Wolfi... ...Wolfi... ...kaputt geht's. Willkommen im ...wursle... ...tok... ...joh... ...man... ...tok... ...tok... Not a tiger. Ich will das haben. Nee, mein Schätzchen. Oh, das war der falsche Ball. Alter, lass, 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 lass es sein. Lass es sein. Hi Marcel. Hallo. Hi Marcel. Geht's wie stets, habt ihr euch ausgenüchtert? Ich hab doch gar kein Alkohol getrunken. Entschuldigung. Dann hast du dich trotzdem ausgenüchtert. Nee. Ich hab Kiddybull getrunken. Das ist Kinderalkohol, das fehlt. Das ist kein Alkohol drin. Das ist Alkohol für Kinder. Aha. Ja. Ja. Und du? Oh ja. Ich hab ein bisschen gepennt, streamed. bei draußen mit Dobi am See. Ich war so aktiv. Ich war heute mal ein bisschen aktiv, ja. Morgen geht's wieder ackern und dann habe ich von Freitagabend bis Mittagabend frei. Ich hab gar keinen Bock arbeiten zu gehen. Glaub ich. Weißt du, wie es dir schon fühlt, dein Paul zu sein? Ich sag ja, ich bin depresso. Ich bin depresso in so vielen... Ich bin egal. Wie gesagt, meine Kopfhörer laden hier. Morgen, ich setz mich da hin. Wie war dein Urlaub? Gut, zu kurz. Danke fürs Gespräch. Ich zieh meine Kopfhörer an. Ach Kim, sei doch nichts. Doch, weil... Beppo, die eine ist morgen wieder da, weißt du, mit der ich die Diskussion hatte. Die auch. Über Abtreibung habe ich mit der gestritten. War eine mega Diskussion. Um was ging's da? Hab ich dir erzählt, da hab ich Tiana erzählt. Ich weiß es nicht mehr. Oder was? Es war einfach so eine Geschichte, dass sie irgendwie ihre Schwester hat ein Kind wegmachen gelassen. Ja. Und sie hat eine mega Szene gemacht und sie wollte mich auf ihre Seite ziehen, dass sie das Recht hat, ihre Schwester zu beschimpfen als Mörderin, nur weil sie das Kind wegmachen gelassen hat. Jedem zahlen's. Nein. Und das ist eine mega Diskussion geworden. Ich bin so laut geworden, dass ein Arbeitskollege mich halt mitgenommen hat und meinte, wir gehen jetzt Kaffee holen. Sie hat das gar nicht verstanden. Sie hat meine Meinung nicht verstanden. Na aber echt. Ja. War eine riesen Diskussion. Ja. Kann ich ihm sein so abtreibt oder nicht. Ich mein, wenn, wenn man schwanger wird, ja gut, gehören zwei zu, ne. Aber wenn man das Kind nicht haben möchte, ja dann besser auf eine halt abzutreiben, als das Kind irgendwie. Ja, aber was hast du als Schwester dazu zu sagen, verstehst du? Du bist die Schwester. Du hast nichts zu sagen. Und selbst als älterer Teil hast du nichts zu sagen. Genau. Es ist nicht deine Gebärmutter, es ist nicht dein Kind, also halt die Backe. Oder sehe ich das falsch? Es hat, ich sag mal so, es hat beides Vor- bzw. Nachteile, ne. So. Ähm. Ja, auf einer hat das besser abzutreiben, so, weil du halt keine Kinder haben möchtest, so. Auf der anderen Seite kannst du das aber auch gewähren und das dann abgeben, um eine andere Familie, die keine Kinder haben können, glücklich zu machen. Ja, aber trotzdem musst du das für neun Monate in dir drin haben. Da besteht dann die Gefahr, in Anführungsstrichen Gefahr, zu einem behältst. Wolltest. Wie gesagt, bei mir wäre eher dieses Dingens, das dann neun Monate in dir drin zu haben. Ja, sie kann beide sein. Ja, aber sie wollte halt gar nicht meine Meinung verstehen. Und mein Arbeitskollege hat das halt alles mitbekommen. Und ähm, der meinte auch plötzlich so, ja Kim, ich glaub wir gehen mal ein bisschen runter. Kaffee holen. Luft holen. Halt die Fresse, die hat Unrecht. Die hatten uns richtig. Also, ich hab echt so gemeint, ich meinte, wer bist du, wenn du meine Schwester wärst und du wirfst mir sowas ins Gesicht, du warst meine Schwester. Hey, ich mein, das ist... Ab dem Tag, wo es passiert ist, hat sie den Streit gesucht mit ihrer Schwester. Hey, ich mein, das ist ihre Meinung. So, ne. Akzeptiere die Meinung einfach, dann hast du deine Ruhe, glaub mir das. Gleich aus Erfahrung. Ab dir die Meinung. Mach trotzdem dein Ding. So, ob du jetzt abtreiben würdest oder nicht. Deine Sache, das ist dein Körper, das ist dein Leben. Da hat keiner andere reinzufuschen, egal ob Familie oder nicht. Ja, aber das hat die nicht gecheckt. Ne. Boah. Oh ey. Ich glaub mir, da würde ich einmal dabei sitzen, ich würde mit jedem anecken. Glaub mir. Habe ich ja, habe ich ja, weil sonst hätte Sam nicht gesagt, komm mit. Und dann bin ich mit ihm gegangen und ich war, ich hab mich noch im Flur ultra aufgeregnet, du hast es gehört. Und da meinte er so zu mir, ja, aber du hast recht Kim, meinte ich ja, warum hast du die Fresse denn nicht aufgemacht? Warum musste ich mich alleine mit solchen Idioten schreiten? Was läuft mir denn jetzt schon wieder hinterher? Oh. Danach war sie halt auch sauer mit mir, ne? Mhm. Wenn du dich dann besser fühlst. Deine Meinung ist trotzdem scheiße. Mhm. Die Sache war nämlich, wir haben eine Diskussion und da meinte sie so, weil das Kind irgendwie, ähm, es hat ein Down-Syndrom und das war schon gewusst. Deswegen hat sie es wegmachen lassen. Und da meinte sie so, das ist doch kein Grund. Und, ne, ne, ne? Und da meinte ich ja, okay, wenn du vergewaltigt wirst und du bist schwanger, dann ist das Kind ja nicht daran schuld. Ne. Machst du es dann weg oder behältst du es? Ah, ne, das ist ne andere Sache. Meinte ich, ne, das ist nicht ne andere Sache. Dir geht es nur, dass deine Meinung richtig ist und die andere ist scheiße. Entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Und dann hat sie nix mehr gesagt. Dann wollte sie nicht mehr diskutieren mit mir. So ein böser Mensch bin ich, dass die Leute nicht mehr mit mir diskutieren wollen. Na klar, wenn irgendwie von Anfang an feststeht, das Kind wird auf jeden Fall eine Behinderung haben, eine starke Behinderung haben oder nicht. Also auf jeden Fall eine Behinderung haben, dann müsste man ja quasi abwiegen, dass, äh, lohnenswert, ich sag halt einfach lohnenswert ist, so zu leben und das Kind halt irgendwelche Gerätschaften anzubinden oder lebenslang einen Rollstuhl oder sowas oder halt abzutreiben, weißt du? Es ist ja auch halt die, also ich persönlich, wie krass das jetzt klingt, ich würde nicht so ein Kind, ähm, haben wollen. Ist ja auch völlig legitim. Ein Kind, ein Kind an sich ist schon viel, viel, ähm, wie nennt man das? Responsabilität, Beppo. Verantwortung. Ja, Verantwortung, weißt du? Und dann hast du noch so ein spezielles Kind und das braucht ja auch spezielle, ne? Musst du zu dem mit, zu Ärzten und hier und das muss in eine andere Schule und hier und da und keine Ahnung. Das Problem ist, du kannst als Älterteil nur so lange auf dieses Kind aufpassen, wie du es auch fähig bist. Und in der Regel leben ja die Kinder länger als die Eltern und dann musst du dir trotzdem noch im, am Tag, an dem du stirbst, dran denken, ja, wird jemand sich gut um ihn kümmern. Ja, weil er wird sich nie um sich selbst kümmern können, je nachdem wie schlimm der, äh, Grad von seiner Krankheit ist. Nein. Wenn mich jetzt Leute deswegen de-abonnieren, alles gut. Haha, ich sprech's nur meiner Meinung. Also ich persönlich, äh, würde auch eher ein Kind abtreiben, in Anführungsstrichen, äh, wenn ich weiß, das Kind ist lebenslang im Rollstuhl gefesselt oder in irgendwelchen Gerätschaften, weil das ist kein Leben. Nein. So, wenn das Kind kerngesund ist, dann würde ich sagen, ja komm, dann geb ich's lieber ab, statt dass selbst, wenn ich mich... Wenn das Kind krank ist, machst du weder dir einen Fallen und noch dem Kind. Keine Ahnung. Die wissen auch, dass sie, dass sie behindert sind, denkst du nicht? Verschiedene, ja. Die sind ja nicht doof. Nö, und ein Dauni ist nicht unbedingt dumm, es gibt Daunis hier aber in einem Master. Nein. Deswegen, der ist jetzt nicht, wie gesagt, nicht doof. Das ist ja nicht böse gemein, weißt du, dass ich so... Die Leute jetzt sagen, das Monster hier und da. Nein, ich denk einfach nur... Ich will ja auch noch ein Leben haben. Ähm... Sozusagen. Regi. Du sollst halt selbst für dich entscheiden. Also ihr habt das nicht verstanden, Marcel. Sie wollte da eindeutig ihre falsche Meinung, ähm... rausbringen. Das heißt falsche Meinung, das ist halt ihre... Keine falsche Meinung, keine richtige Meinung. Jeder hat seine eigene Meinung. Also sie kann die ja haben, aber dass du deine eigene Schwester dann... Weil es war irgendwie so eine Sache, dass der Mann der Schwester geschrieben hat, Ja, wir bitten euch um ein bisschen Ruhe, weißt du, um trotzdem mit der Situation klar zu kommen. Mhm. Und da meinte sie, die brauchen doch jetzt kein Mitleid von mir zu erwarten nach dem, was sie gemacht haben. Da dachte ich mir auch so... Was ist bei dir schief gelaufen in der... Was... Ich hab mir echt gedacht, was ist bei dir schief gelaufen, dass du so bist... Keine Ahnung, vielleicht sieht ihr es anders. Aber... In meinen Augen gibt dich das einfach gar nichts an. Jeder macht sein Dingens und fertig ist. Ich hab'n Shiny gefunden! Oha! Einen Uhu! Alter, der ist so... Der glitzert so krass, dass ich ihn fast nicht mehr sehe. Die sind so fixiert auf meinen Vogel. Bleib drin! Ich hämmer 20 Bälle auf dich! Bleib drin! Du hält die Klappe! Die Klappe! Die Klappe! Ich werf' 100 Bälle auf dich, wenn's sein muss, bis du mit deinem Arsch da drin bleibst, Bruder. Nein! Bist du nett! Hat der Nightwing gefickt? Ich hab'n blinkendes Huhkratz! Ich hab'n blinkendes Huhkratz! Ein Huhkratz! Alter, hat der jetzt echt mal ein Shiny gefögert? Toll! Toll! Was ist das? So, ich brauche dann wieder eine Sammelstation. Hey, wie ist das? Was ist das? Oh! Toll dich um. Was ist das? Ja, Wolfi. Wolfi, einfach vorbei. Das ist ein nassen Sweep. Warum ist denn der so groß? Oh, es geht Bett und Bauern, dass ihr Bett und habt. So, ein paar von euch kriegen noch die billigen Betten, weil ich momentan nicht mehr Geld habe. Willst du dich wirklich mit uns anlegen? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich muss hier schon sechs Bretten bauen. Bruder, nervt doch einfach nicht. Geh doch einfach in eine andere Richtung sterben, wa? Ich wollte dieses Schwiebelschwabbel da fangen. Dieses dicke Schwiebelschwabbel. Mit Schnauze. Es hat eine Schnauze. Obruhigen Sie sich bitte! Zwei, drei, vier, fünf, neun, zehn, elf. Es fehlen noch zwei Pötze. Pfiff. Zwei, drei, fünf, 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 fünf. umdan für mich Lam Möi, 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 möi Geht weg Geht weg Hört doch auch nicht alle anzugreifen Ich habe niemandem von euch was getan Dir schon gar nicht Lauf Wulfi, lauf, 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 lauf Alter, wie viel ist der Drache denn? 45 Der ist 45 Jo Der Burr ist 45 Vergiss es Ach Der Burr ist 45 Oh, geht weiter, ich will weiter Und Ah! Ah, diese Würmer. Warum muss man diese Würmer nochmal fangen? Welche Würmer? Die Fisal. Ah, weil die sind gut für die Ware wegzutransportieren. Ah, okay, ich habe so einen gefunden, so einen Fisal. So, nächster Schritt ist es, die Basis aufzubauen. Ich habe jetzt hier das eine Feld. Warum müssen die mich immer zu zweit angreifen? Kann mir das jemand erklären? Keine Ahnung. Ich will euch doch... Ich will nur einen fangen. Immer dieses ständige Nachladen. Sie greifen jetzt den Boss an. Ich glaube, ich habe schon mal hier an das Haus zu bauen. Bleib drin! Beziehungsweise, ich gehe ganz weit weg, wo eigentlich die Sammelstationen sind. Ah, bleib doch drin, du blödes Viech! Oh nein, haben sie ihn umgebracht. Scheiße, den hätte ich jetzt gerne gewollt. Okay, jetzt erschieße ich dich, weil du mich nervst. Wie gerne würde ich das auch im realen Leben machen. Ehmann erschießt, weil er nicht mehr... Hm. Ich darf offiziell auch sogar schießen, ich habe sogar einen Wachnenschein. Ich auch. Ich mache es nicht. Aber... ...kleider nur Berufswaffenzahn. Keine normalen Hobby für das Waffen. Gehst du mit deinem Arsch bitte aus meiner Wühe raus! Mann! Ich... Der geht mir so auf den Nerv mit seinem fetten Arsch, ist da immer in meiner... Ha! Mann! Den möchte ich auch haben! Was ist das? Kleiner Hai! Ich will den kleinen Hai haben! Kleiner Hai! Ich nenne den auch kleiner Hai. Wie soll ich den sonst nennen, oder? Dumut heißt da, ist das eine Rawa. Oh... Ich spüre den Bann. Come on! Bleib drin! Bleiben sie drin! 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 Rinn! Dankeschön! Okay, jetzt möchte ich den haben, der Beppo hat. Wen? Drin! 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 Der die Steine kaputt macht! Der ist praktisch! Dämmersande, heißt es das? Jo. Ich war vorhin ganz woanders. Oh, nein! man merkt das sonntag ist oder jetzt nervst du mich was ist das ein fudler so scheiße du musst wirst dann machst du fudler heißt auf luxemburg ich ein schummel ja und wir haben hier so ein vieh das heißt fudler eigentlich sieht er voll süß aus der fudler jetzt wollen die wieder explodieren an meinem arsch gerade jetzt wo ich ja kommt mal her kommt her kommt er ihr könnt gerne hierbei bei ihm explodieren guck guck ihn euch an guck ihn dir an schön fettig heiß und fettig guck wie schön er ist ich bin fast tot ich bin so ekelhaft ich habe fast kein leben mehr er gibt mir eine öffnung meinen nicke mio nein es ist in ordnung du musst mich nicht abschießen weil ich bin schon fast tot nein du machst ihn tot das will ich nicht nein du tust ihm nicht weh bleib drin bleib drin bleib drin aber maria bitte aber maria namen des vaters komm 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 ja jetzt müssen wir schon umfungen hier zu beten ich glaube ich muss gleich zurück weil ich habe hier eigentlich das ist gefunden was ich brauche das war dann zu spät und hat keine ne er verliert so schnell die motivation ein von einem spiel manchmal hier ist anubis das war fort das war fort wir haben halt vorhin das von gronk geguckt weißt du da habe ich ihm ein bisschen erklärt was er machen muss dann weiter so das spiel ich ja gar nicht so scheiße meinte ich ja denkst du beppo und ich spiel noch seit einer woche weil es scheiße habe ich eine ochse wo habe ich meine ochse geschmissen wo ist meine ochse da ist meine ochse also diese toko toko und die mir so auf den sack einfach nur das ist jetzt chillen dann chill weiter wo ist denn anubis ist das ein boss ist da irgendwo unten in dem dungeon ah ne der läuft frei rum glaube ich ich habe ihn noch nicht gesehen ich suche ihn mit absicht gerade ich will ihn mir ansehen komm rein und kiwi ist am ragen ich bin immer am ragen ah da ist anubis wird gerade angegriffen hier ich bin immer am ragen wie geht es dir pixel du fehlst uns du kommst gar nicht mehr du kommst gar nicht mehr rein in den discord zu uns halt anubis ist ja übertrieben stark habe ich ihr gesagt ich guck ihn grad zu er ist übel schnell das ist das problem viel stress immer du fehlst uns halt du fehlst uns pixel der one schottet ich mich ohne mich anzusehen deswegen gehe ich sehr weit weg von dem aber ich wollte ihn mir halt einmal ansehen es sind halt leute die haben ihn gemacht und andere haben ihn gefangen ich muss eh zurück weil ich bin voll nur hier ist nirgendwo aber der one schüttet mich so hardcore das habt ihr noch nicht gesehen ich fiel nur vorbei ne danke für den lück der one schüttet mich so hart dass ich meine namen vergesse wisst ihr das das ist Ah! Bruna, du kannst dein Dingens behalten, ich will mich nur weiter teleportieren. Weiterhin. Ich will nur hier rein, ich will nur eine Schnellreise machen. Ja, das ist nicht schlimm. Was tun wir denn das? Ja, Orascha. Bedank. Okay. So, Dato, Katarina. Es ist schon Dekker und Bowen haben mich an der neue Basis. So, ich habe Kevin erklärt, was Kremis und Fixie machen. Was habe ich denn hier gefunden? Steinkohle, Erz, Leder, Zähne, Überfall! Beppo, ich bin drei Sekunden in meiner Base, Überfall. Ich schwöre es dir, was soll der Scheiß? Bei mir gibt es noch keinen Überfall. Bei mir ist ständig ein Überfall. Leute, kümmern euch drum bitte. Beppo, jetzt kommt es. Alarm! 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 Oh mein Gott, da kommen so viele! Da kommen so viele! Alarm! 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 die menschen auch die menschen sagt sie weg leute fest sie weg ist da einer so hingeliegt oder wie er backt hier in der meier mauer und der ist weggelaufen so eine kleine ratte wir haben es geschafft leute gut gemacht gut gemacht gut gemacht habt ihr gut gemacht ich habe so angst wenn ich das alles umziehen muss das geht werden stunden dabei sind nur um zu ziehen alles ist kaputt alles ist kaputt schlafen alle depresso ist depressiv Guck mal, ich hab so viele Eier mitgeschleppt, Beppo. Na ja, okay, das klang jetzt falsch, aber ihr habt's verstanden. Ah ja, wir brauchen Eier. Ihr habt's verstanden. Saftige Eier. Grünes, saftiges Ei, Beppo. Ja. Ja. So. Um. So. 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 Besser tragen. Bist du jetzt lieber alleine als mit uns? Hm? Warte. Du weißt nicht, wie man in Discord reinkommt? Was hab ich denn jetzt für eine gemacht, die hier, ne? Komm. Das hat immer so eigentlich geschehen, als viel scheiß Dach zu montieren. Ah ja, das gute Spiel. Kompletter Rage. Ich geh mal viel scheiß Dach zu montieren. Okay. 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 Ciao. 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 Okay. Alter, hier ist das Lied, warum du stands so oft? Entlöscht und da war das Pferde spontan. Alter, wie lange das dauert. Anscheinend kann man das Craften schneller stellen. In den Einstellungen. Okay. Aber das wäre ein bisschen gecheatet, ne? Hallo. Hallo. Moin. Der Einzige, der antwortet am Anfang, Marcel. Ja. Kannst du hier auf X drücken, solange ich auf Toilette gehe? Das wäre sehr nett. Dankeschön. Ja. 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 Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nein, ich schaue das Game. Was machen Sachen? Ich baue... Ich baue... Ich baue Haus. Ich baue... Ich baue... Und Kevin, gut ausgeschläft. Ich baue... Ja... Nein, ich schaue das. Ich baue... Ich baue... Ich baue... und das, dass điЭnt. Ich baue... Ich baue... Ich baue... Das kann ich machen, ähm, ich sehe nur an den Lagergall, wenn ich schon seit Anfang an ein Pol, ihr seht, äh, dieser Pol arbeitet ganz schön langsam. Das kann ich auch machen. Dann hast du nicht adoptiert, wirst du schaffen. Aber wie findest du raus für ihn das? Äh, das heißt eigentlich, wenn es statt, äh, also kurz wie ein Pol, von, äh, zum Beispiel negativen Punkten nicht. Also im Charakter zum Beispiel, weil er faul ist. Ah, ja, mir ist schon, ja, mir ist schon hier hinten aus, ein Arbeitsvieh, am Plus, aber faul, falls drei Ströcher hoch. Okay, das hier stehen auch nicht gedürt, den ist nicht ideal. Okay, dann tauschen stehen wir mal raus. Das sind ideale Pols für untenen Software. Irgendwie schon auch untenen Software. Dann kannst du schon stockieren. Ah, das ist schon kein Nähl, vier Betze, boh, und was liefd. Das muss ich schon mal noch nie machen. Ah, das war eine Baseballschläger, Mann. Da hast du Scholes für E-Baseballschläger, Mann, so, so. Ah, das stimmt, ganz wichtig, dass ich den Insefter schon bauen. Ah, das stimmt, ganz wichtig, dass ich den Insefter schon bauen. Marcel, wieso spielst du keinen Fall World? Nö, ist nix für mich, das Spiel. Das weißt du ja noch gar nicht. Doch, das weiß ich. Ich habe lustig. Ich interessiere mich weder für Pokémon noch für PyWild. Ähm. Und PyWild ist ja quasi. Ja, schmeiß doch den Müll hier weg. Junge, ich habe dir doch da einen Müller immer hingestellt. Ich schaff dir eine Brunette an, haben sie gesagt. Ja, warum brauche ich einen Stein weg? Ja, warum brauche ich einen Stein weg? Ich bin schon noch lustig draufgemacht. Du wickelst rüber. Nein, das ist nicht blockiert. Oh. I am bug. Sehr schön. Willkommen zurück. Nicht mal mir mitbekommen, dass ich weg war, oder? Hm, doch. Seid jetzt ganz ehrlich. Oh, natürlich. Marcel war glücklich. Oh. Ich denke an Seven was ist weit. Zwei bauchmut hart. Die sind Dschungel Camp. das gibt mir so auf die nerven diese krankheit also es ist richtig eklig was und den fangen kannst wenn er dir nicht den arsch versuchte nur er wird runter gestuft dann wird runter gestuft auf deine kategorie auf deine klasse dass er mir jetzt lügt hätte ich jetzt auch gesagt was fängst du da den den hirsch gefangen guck der hirsch macht das und da macht dann genick bruch und dann kannst du wegschmeißen ich habe hier noch ein elektro pokémon jetzt hier habe ich einen shiny was wer ist pikachu wir haben einen pikachu hier der hier bucket guck wie viele älter ich habe weil jemand immer einer kaputt geht musst du uns ersatz haben was macht diese schildkröte noch beppo nur abbauen ja aber das verbessert wenn ich den mitnehmen was habe ich ihn jetzt noch gefangen ich habe ein paar fischer gefangen ich weiß nicht was ich gefangen habe bei ihnen was macht er er netzt er baut ab wie baut der bruder denn ab was was bedeutet die hand hand handtrecker auch wie clever bodendüngung erwässert zweimal abbauen und du bist nix zu gebrauchen eigentlich komisch an den vogel den vogel du schießt auf ihn mit einer armbrust hier mit das heißt wenn ich jetzt ein vorn auf ihn schmeiße ja dann wird er wieder frei kommen hier da ist da ist ja ich 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 Was ist das? Alter, der ist ein Motivationscoach. Ich hab schon zwei Wasser. Ich brauch nicht noch einen eigentlich. Was macht er? Okay, der trägt die Sachen hin und her. Ja, hast du gesagt. Ich hab hier einen Masoristen. Ich nehm den. So. Paul zieht kein Bett. Oh mein Gott. Schon wieder? Muss schon wieder ein Bett bauen. Mir gehen die Plätze aus. Wann müssen wir Felder dazu bauen? Das ist ne große Frage. Mir ist das richtig gut gemacht, Pädobeer. Das ist jetzt ein glücklicher Pädo. Mein glücklicher Pädobeer. Guck mal, dann kommt der gelaufen. Pädobeer. Wie glücklich er ist. Rum zu Pädoan. Man kann da sein. Der ist es. Der ist es. Der ist es. Dein Ernst jetzt? Fällt der so Holz? Also, Pederbeer, so wird das kein Stück. Warum haben die anderen Leute so viel mehr Platz als ich? Ich verstehe es halt nicht. Weil ich will, dass sie sich paaren, aber das geht nicht da hin. Ich habe dir gesagt, du musst eine größere Stelle nehmen. Ja, ich weiß, aber... Uppo, da muss ich umziehen! Das meine ich ja. Ich will nicht umziehen. Wusste aber. Und wohin? Auf eine gute Stelle. Guck, wie viel Platz ich habe. Wo bist du denn jetzt hingezogen? Zu Penking? Ja, guck, ich habe das riesenfette Haus hier. Und ich habe noch so viel Fläche, um zu bauen. Das hier, die Oase. Die Oase, ja. Ja, den muss man das freischalten. Da muss man das freischalten. Hier steht noch immer mein tollen Container. Aber, okay, okay, Papa, dann erklär mal, der Tisch. Für das ist Low River kommen. So, Mann, da habe ich Platz, wo du da wirst. Ja. Wie kann ich meinen Küsten dann da hin, ohne 100 Mal zu laufen? Boah, ist schon da wirklich so gemeint. Also, das ist schon 100 Mal, äh, schnell Riss gemacht. Weil die Platz hier, wo ich ziehe, aus Ideal, weil du es direkt ein Teleporter hier hast. Ja, okay, aber, äh, du musst ja mal von der Low Basis und du hast keinen Teleporter hier, wenn du mehr, ne? Doch, du bist ja den Paul Boxer, als du einen Teleporter. Ah, ja, stimmt. Ach, scheiße, ich muss Küsten einfach für dich rüberkriegen, weil ich brauche ja das ganze Material. Voilà, dann hältst du, als ich, äh, genug Material so matt, gehst auf deinen Platz und baust, äh, als ich dann Küste. Wie ist das gemeint? Und ich habe schon als ich Container hier gebaut. Und dann hältst du die Sachen, und dann rüber, dran, rüber, holen, rüber, ran. Ja, du hast zu helfen, ne? Und, äh, nicht mehr so kriegst du dann sehr alles raus. Also, mein Streamhaut ist auch nicht mehr Plünder, weil, ich will nur zwei Bars, und das ist hier nur noch mein Farming-Spot-Bars, wo ich auf dem Bier schaust, wo ich hier Eisern aufbauen habe. Oder ein Holming-Spot-Bars. Das ist schon der Umfang 3, das ist schon ein Ding hier noch. Ja. Ich geh mal, ich geh mal da hin und guck an. Hast du die Eigenbares gesehen, den, wo er in Fabrik gebaut hat? Ja. Komplett neu. Und Paul soll ich den dumen Laufbord schaffen? No. Doch. No. Du kannst mal ein Feuerbuch in keinem mal Feuer benutzen. Nee. Nee, ich brauch so ein Feuerdinger. Du brauchst so ein Giftdinger für ein Dingenzimmer. Ich brauch so ein Giftdinger für ein Dingenzimmern. Ich kann ja in kein Dingbauer in kein Sweetbase. Dann ausentwicke ich mich spät, wenn ich sie das freisch hast. Es können keine weiteren Lager gebaut werden. Bitte erhöhe die Lagerstufe deiner Gilde oder Bauer ein existierendes Lager wieder ab. Ja, weil den du hast, kann ich keinen Ahnen bauen. Hm. Ich kann nicht den Platz in der Toilette. Ich gucke mal. Ja. Ich will einen Blick. Ich geh mal, wenn ich meine Ahnen-Bars ist, gucke. Und ich will zwei Bars, den Hund muss ich einen Manager ausstellen. Wie denn der da im Griff hält. Ich freue mich, dass ich ja so nicht groß erinnern. Wie denn der hat alle Hunger. Wieso hast du hier schon... Ah, ich weiß, wie weit du hier schon am Kür warst. Stimmt. Ich muss hier den Stall montieren. Die bauen hier alle Gebäppel, gell, denn du musst können mich da. Die Rechen sind da. Ich meine so all das. Hup. Aber ich bin nicht dumm, dass ich da keinen Zweitbis bauen kann. Egal. Schön so all rum. Da war ein Städtolo Waschschwelle, geht dann die ganze Base futzen. Ja. Ding. Und bei mir ja. Kannst du wasch wollen. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Das können ein schlimmes Geschütter ganzes Haus steht noch. Ja, das Haus steht noch, weil da hat alles, was als Funktion denkt, verschwindet. Ja, Pauls sind schon irgendwo angepackt. Ding, bin ich zwar sowieso schon Hall of Dote. Da! Ahel. Da! 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 Dunno! Ahel! Den du wolltest aber nicht tun, so Ich habe jetzt einen Schweren Die 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 Aje, geh vor die Schichtgänge. Marcel. Aje, geh vor die Schichtgänge. Ach, Kiln! Du Schweinchen. Immer wieder Marcel. Ist so, ey. Immer so ein Schweinchen, ne? Weiß die so komische. Oh Gott, oh Gott. 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 Aber du siehst nie den Umfang, wie weit deine Base geht, ne? Ja? Doch, was tut. Äh. Buchs setzt. Echste sie fertig. Pause. Dann, äh. Gesäß sie schon. Wut. Kranz aus. Ah, ja, ja, ja. Hier geh ich ja zu weit dann rein, ne? Soll alles bitte glatte Fläche sein. Das ist auch nicht glatte. Macht das einen Kreis? Hm. Hm. Warum macht das denn einen Kreis? Wie dumm. Es macht immer einen Kreis. Das ist ganz cool. Oh Gott. Kannst du mich? Es ist ja 3.5 Flocken. Ich zue gerade hier die perfekte Stelle, weil ich finde irgendwie nicht die perfekte Stelle. Ich glaube, ich versuche es so. So viel zu tun. Was kann man denn machen? Fliegen. Aber du musst so eine Bank bauen. So eine Bank bauen. Und dann musst du hier freischalten, den Sattel für ihn. Oh. Hier. Den musst du freischalten. Okay. Du weißt ja, wie du da freischalten musst, ne? All die Sachen. Geh mal an dein Menü. Äh, doch was. Ich will mal sehen. 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 Hier ist ein Kaffee und kein Tutorial. Ja. Guck. Und du hast ihn gefangen. Ja. Ja. Schönen. Wo ist denn dann? Ja. 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 Wie ist denn das? Ja. 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 Wenn ich klage und selbst, auch alles in Ordnung, bei den anderen auch. weniger schmerzen und so sehr so ist gut wir sind dabei die besten um zu ziehen das ist scheiße viel arbeit also über sieben tausend stück holz rüber zu bringen ist nicht ohne schon wieder ja schon wieder also was man in dem spiel hier halt immer macht ist umziehen ich überlege gerade wie ich das alles rüberkriege weil das wird anstrengend die sache ist meine base ist zu klein kannst ja gleich aus dem koffer leben ja ja so komme ich mir echt vor aber meine base ist zu klein ich kann nicht das machen was ich machen will kinderzeuge so kann ich das ding nicht bauen es ist so schwer alles ist zu schwer weil der scheiß hühnchen der im wege ist verpiss dich mein gott nein die werfen ja ständig sachen auf mich drauf oh mein gott beppo ich stand hier an der stelle und die haben stehen wo die sachen ständig auf mich drauf gefallen sind und ich habe die automatisch dann gelugt habe ich immer weggeschmissen dann kam wieder was drauf und ich konnte mich nicht bewegen ja dass das hier ist halt das allerschlimmste also hier das alles zu tragen ist praktisch nicht möglich kim ist und der paarungsstall fertig ich nicht dieses umziehen wird mich jetzt so umbringen leute hier ist viel herz blöd drin in dieser basis und jetzt kommt schon wieder die neue und hier ist nichts nichts absolut nichts überladen dann auf dem pol ne das geht nicht das geht nicht schön wärs aber das geht nicht wir müssen alles rüber bringen aber es wäre cool wenn das gehen würde aber das geht nicht ich muss den software bauen damit die leute etwas wieder respekt haben ich packe jetzt alles rüber so und da muss ich wieder zurück und wieder so 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 das geht sich die ganze zeit so das werde ich jetzt die ganze zeit tun wird 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 sehr spannender stream weil die die dullis packen ja immer weiter holz da rein das ist beppo wie will man das denn machen gar nichts wo ich denke jetzt fange ich schon an meine werkbänke zu bauen weil sonst habe ich probleme ich muss nämlich das wird toll weiter das wird richtig toll ich brauche jetzt von jeder bank zwei stück direkt weil dann kann ich die arbeit besser verteilen ich baue im kreis um mich herum karekisten ausrüstungsbank baue ich nur eine was hast du denn da rein gesteckt was ist das das ist ein sheet was du machst was möchte er hat er hat er hat er hat so ein metallstück in seine tastatur gedrückt damit er nicht mehr x drücken muss beim kraften na haken wir fangt poste ok das ist mein von dir gewalt zu dir ich traubier eigentlich müsste ich alle meine pols einpacken und dann die base rüber schleppen und dann die pols rauslassen weil die die machen die machen hier immer nur noch mehr ok guck die schälen in den haften da steht die schönste maschine an der base du machst diesen pols so eine angst guck wie ich gut schaffe zu guter peter werden wir uns dem klang nur mal schafft hm 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 so ich hab jetzt nur noch einen paul in meiner base beppe und der sammelt die sachen ihr habt halt nichts anderes im kopf die war also ich weiß nicht ob sie genervt waren sie haben nichts gesagt aber tom hat halt nachgefragt ne der hat nachgefragt was das für ein spiel ist und so der war auch interessiert dran er war echt interessiert dran er ist auch ein gamer aber er ist eher final fantasy ja wir haben uns nur darüber gesprochen über auch das war noch immer so dass turm in dieser welt lebt ich konnte aber so gehen mit das ursprüngliche basen ob ich merks aber ich will ja umziehen in eine du bist bei zwei ich will nur eine größere base haben weil meine zu klein ist und ich habe keinen platz und weiter auszubauen das heißt wir müssen umziehen bei ganz von der mann das als metall das war teuer und ressourcen ich will gar nicht wissen wie die engen wo hier kommt space komplett als metall wieviel ressourcen der müsste sondern ich will es gar nicht wissen sammeln du mein bruder ich gehe wieder rüber wie viele wie viele bases ist jetzt dritte vierte bei mir die fenster man baut halt auch die bekloppte für den leute ruine von alle bösen ich mache meine komplett kaputt nur das kommt holst du noch mal zu nix wird verschwendet schön die steigenden mutter ich produziere so viel steigen das ist holz du musst es doch mitnehmen zu bauen das kannst ja gar nicht bauen ja aber du hast doch noch so viel die holster zur reserven dann bostet das nicht auf ich glaube ich habe sieben tausend im im server bin dabei alles rüber zu schleppen ich bin dann ein bisschen langsamer ein bisschen wie bei fallout deswegen habe ich die kissen um mich herum gebaut wenn du eine base baust such dir sofort eine gute stelle also es muss so wie ich ja tausend mal umziehen die sofort fett drüber okay hier kann ich so viel mit ruben auch übernehmen da sind wir schon wieder drüber also so Das ist ein paar Lippen, das ist ein paar Lippen, das ist ein paar Lippen. Die Steine rüberbringen. Man, das wär so lang, doch, bis ich rüm die Beige fokse nicht los. Was soll ich sagen, Beppe? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Eigentlich müssten wir gar nicht so viel hin und her transportieren. Nur, dass wir die Sachen haben, um zu bauen. Jaaa, hat der 50 Schnee fertig gebaut. Wir haben ja schon keinen Metallbacher entfüllt. Wir sind auch noch Eisen. Ich schmecke aus der Neuse verschwinden. Nääää, nooo. Ja, boah. Da muss er die Wind zu. Ich muss... Nääää, ich spreche so viel Metallbachern. Kann ich Metallbachern über den Arnhöbeln machen? Richtig, der ist ja verfassert, den Hählschwürfel. Also Marcel, Kevin spielt das jetzt auch, ne? Hm. So viel lang weiter, ja. Also Marcel, du weißt, was zu tun ist. Hm, mir das nicht holen, na stimmt. Du baust deine Bude nach bei Siemens. Ja. Deswegen ist es mal nützlich ist. Wir machen auch was, denn wir bauen einen ganzen Betrieb hier auf. Ich, ich übe mich als Architekt. Ich übe mich als Führerin. Okay. Wow. Oh, wow. Mein Traumberuf ist Führerin zu sein. Deutschland! Genau. Ich übernehme Luxemburg. Hm. Oder Disneyland. Ich werde die Königin von Disneyland. Ihr dürft alle nicht rein. Uff. Weil, weil Marcel darf nicht rein, weil er uns gerade verarscht hat. Uff. Tja. Ich dachte, wir kriegen VIP-Tickets, ja. Du hast Hausverbot im Disneyland. Für immer! Für immer! Das macht es nicht besser, Marcel! Okay. Das macht es nicht besser, Marcel. Okay. Das macht es nicht besser, Marcel. Okay. Ich sag dir, du arbeitest hier. Mach keinen Scheiß. Sag ihm Beppo. Zeig ihm den Entsafte. Er nimmt dich nicht für voll. Aber da liegen auch nochmal 163 Holz. Aber das kriegen wir hin, weil jetzt kommt ja kein Holz mehr. Ah, Kevin, Alessandra hat ihr Armband gefunden. Ja? Zuhause. Danke. Nachdem ich hier die halbe Bude auseinander genommen habe. So. Ich schüsse dir sich hier noch den Eimer. Aber Marcel, hast du gesehen, was Beppo mir geschenkt hat? Mhm. Er hat mir einen Teddybär von Paw Patrol. Ach, das Ding. Ja, doch. Da hab ich gesehen. Und, ähm, den Funko Pop von Mickey Mouse. Mhm. Alter. Steht jetzt alles so hübsch hinter mir. Das ist geil, weil du deinen Pol draußen hast, du greifst einen an, bis auf den letzten Moment und dann schießt deinen Pol drauf. Patsch toll. Du musst sehr schnell reagieren. Du musst sehr schnell reagieren. Und das hast du jetzt, wenn du nachher kleinere sammelst. Und dann kommst du mit deinen Level 20 oder so, die fetzen den weg. Ich muss mal ein Bett bauen. Alter, 7000 Holz. Nehmen wir den ganzen Stock mit. Und heulen. Das ist gut. Musik Oh! Jetzt bin ich gestorben. Ist du schon mal gestorben? Nö. Dann musst du jetzt an diese Stelle da zurück gehen, da liegt dein Lutz. Was möchte Karin dann, dass du schon stirbst? Du musst fahren. Moment. Du 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 du. Karin wird gleich probieren, wenn ein Level feiert ist zu fanken. Nö. Wir gehen mal bei den Nanubis. Der Mufa ist einfach. Du Booster auf Booster und du Level ist dabei. Danke fürs Abo Michi! Und wieder Paul. Es wird auch Paul sein, noch eine lange Zeit. Vor fünf Monaten abonnierst du Michi und Michi. Krass, krass! Warte doch mal ab. Danke. Fünf Monate. Eieieieiei. Wie geht's dir Michi? Ja, muss morgen wieder arbeiten. Leider. Urlaub ist vorbei. Hoffen geht mir niemand auf den Sack morgen. Aber ich denk schon. Ich hab so ein Gefühl. Kim freht sich richtig, ob du es schaffst. Ich bin mir fast sicher, dass irgendjemand kommt und mich so in den ersten... Sagen wir in der ersten Stunde abfuckt. Ja, ich mach Frührente, genau. Mit 3... äh... 29. Aber ich bin mit... ich... also... Ich würd sogar mit euch wetten, dass irgendwas mich morgen übertrieben abfucken wird. Aber so richtig krass abfucken wird. Irgendwas, was passiert ist. Irgendwas, was gesagt wurde. Keine Ahnung. Kennst zwei Leute, die in Rente sind in unserem Alter? Wie haben die das gemacht, bitte? Invalid. Also ich hab auch kein Problem, mich die Treppe runter zu schmeißen oder so. Schön wär's halt. Schön wär's halt. Schön wär's halt echt. Bei uns ist sowieso jeder ein Burnout, also... Es ist nur ne Frage der Zeit, würd ich mal so sagen. Entweder landet man im Burnout oder man landet in den Knast, weil man dann die Person... ...um die Ecke gebracht hat. Und die anderen finden keinen Job. Ach so, ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich... Bei mir wird es... Also, ich bin mir fast sicher, bei mir wird es der Burnout sein. Früher oder später. Da ich ja eh schon auf der Schiene des Burnouts war, bin ich mir fast sicher, dass das passieren wird. Früher oder später. Mir wurde schon mehrmals gesagt, dass ich, ähm, chillen soll. Es könnte es bitte ausgehen für mich. Wieso ist hier kein Essen drin? Oder ich mach nen Herzenfakt. Ich glaub... Ich glaub, ich mach nen Herzenfakt, bevor ich 40 bin. Kann natürlich auch sein. Was hat das großart? Was? Was hat das? Wieso ist das großart? Oh, das ist ein Shiny! Fang das! Mach's nicht kaputt! Mach das dein Ding und es nicht kaputt macht. Er hat nen Shiny Huhn. Oh. Genau, also sie heißen halt nicht Shinies, aber ich hab mir das von euch abgeguckt, dass ich sie Shiny nenne. Für mich ist es ein Shiny. Es ist ein dickes Paul, was, was leuchtet, was so viel, viel, viel macht. Ja, dann ist es für mich ein Shiny. Es ist nur halt doof, danach shinien sie nicht mehr, wenn man sie gefangen hat. Leuchten die Pokémons noch, Michi, wenn man die gefangen hat? Oder leuchten die überhaupt? Oder woher weiß man, dass es ein Shiny ist? Ich hab's gefangen, Michi. Ist das ein Shiny gefangen? Mhm. Das ist ein großes Huhn. Ja. Da liegt daneben größere Eier. Doch so. Ja. Ja, die haben das selbe Symbol da wie bei uns ne Bande. Oh, Kierke. Obwohl jetzt wohl, bringt ein Shiny Huhn was? Ja. Mehr Produktion in den Eier. Macht mehr Eier. Macht mehr Eier. Sitz den in deine Farm. Kevin. Ja? Dann macht er mehr Eier. Doch so. Eier, wir brauchen Neues. Dann, wenn man ins Spiel kommt, Stern und andere. Ja, aber hier macht es so ein Geräusch, so ein Glitzergeräuschton. Und dann weißt du, dass es da ist. Ich hab halt einen Wolf so gefangen, was relativ gut war, weil der Wolf nutzt du halt als Reittier. Und ich glaube, er ist schneller, weil er größer halt ist. Oh. So, ich kann mal einen rauchen, solange kann mein Eisen hier geschmolzen werden. Am I only free? Be meh. It's, it's burning. Any ton of flame. Was meant to be, darling. When you were sleeping, you belong to me. Na ja, auf jeden Fall das eine, der eine Wolf. Also da hab ich mich wirklich drauf gestürzt. Und das ist jetzt auch mein Hauptraudtier. Hm. Haben wir gestern Marcel, ne? Mhm. Ich war in der Küche am Wursteln, die anderen waren alle auf der Terrasse. ich mache so das Fenster in der Küche auf, ne? Beppo, der Blödmann. Ein Big Mac, bitte. Oh, wow. So, ich muss auf 3DS-Fans spielen. Okay, danke Michi, trotzdem. Weißt du, du bist so ein Vollidiot, weißt du? Eine Cola, ein Big Mac? Oh, nee. So doof, ne? Ich wäre aber auch so. Einmal 2,5 Hahn, bitte. Beppo war gestern echt eine Ratte. Wie oft war Beppo rauchen? Er hatte riesige Schmerzen in seinem Knie. Ich glaube nicht, dass er... War er oft draußen Kevin? Nee, ne? Hm, hm. Okay, man hätte ja sein können, dass man mit Kevin alle halbe Stunde mal eine Rauchen gegangen ist. Nö, die anderen haben ja auch geraucht. Okay. Also Alessandras Freund ist noch nachgekommen und er war auch mit euch rauchen, glaube ich. Pum, sie haben alle geraucht. Nur Alessandra und ich waren drin und Karol. Nein, mir ist zu kalt. No. Meine Wape kann ich auch drin rauchen. Kevin, was ist dieses zu kalt, ne? Hm. Jacke an und raus. Fertig. Es ist trotzdem kalt. Ja. Auch mit Jäckchen. Oh, ja, du sollst auch eine Jacke anziehen, keine Jäckchen. Aber ich hab nur Jäckchen. Ja, au, au. Sei froh, dass ich überhaupt eine Jacke hab. Hm. Frag Kevin, wie oft ich eine Jacke anhabe. Nie. Jedes Mal heißt es, hast du keine Jacke? Nee. Aber dir wird kalt sein. Ich sitz lieber da zu klappern mit meinen Zähnen, als so wie Michelinsmännchen mit der scheiß Jacke auszusehen. Ja. Nein. Dann sitz ich da lieber, mir die Zähne abzuklappern. Mir scheißegal. Das Aussehen geht vor der Hütze. Boah, ey. Ich werd doch hier irgendwann mal... Ich hab... Ich krieg das Holz nicht rüber. Wie viel Holz hier liegt hier noch? Scheiße viel Holz. So, ich hab mein Holz krieg hier eine andere Bedeutung. Brauche ich überhaupt so viel Holz? Ich weiß gar nicht, ob ich so viel Holz brauche halt. Wie viel habe ich denn schon rübergebracht? Ich muss mal gucken, weil ich mach ja eh alles aus Stein. Wo ist die Linie? Ich habe das verliefert. Ich habe mir die Linie. Ich habe das 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 . also du kannst auch außerhalb von diesem kreis hier bauen das problem ist sobald du rausgehst das ist dein ganzes material weg weil das ist nur in den naja aber du kannst trotzdem bauen weil das hier reicht schon dass nur ein ding ins drin ist so dann hat der kleine hier sind fertig das ist hier echt nicht wieder gebaut was die base ja aber hast du die wirklich am boch gebaut am rand ja meine ist wieder so ganz viel recke schon zu am rand eben so eingeknickt ach so hast du es genau hier ja ich versuche irgendwas zu machen ich habe jetzt nicht alles rüber genommen vom material aber halt viel sehr gut kollege etwas weisen ich muss mir unbedingt später wieder noch eine schildkröte holen ich glaube ich habe jemand der holz der noch steine macht glaube ich hochwertige bergponk einmal kann ich noch eine mein papa wäre stolz wenn er die musik in meinem stream hören würde ja ich habe sie verkehrt herum gebaut das ist scheiße die habe ich auch verkehrt herum gebaut ich bin so dumm ich bin so dumm das spiel aber ein funk so verarscht das da ist ob da lin stehst am Und dann baust du doch vorne so ein Riesen-Besum. Es ist schon ein bisschen das Spiel für Arsch. Shook me all I love. Shook me all I love. So. Jetzt hab ich zwei von denen, da baue ich noch eine Pole. Sphären-Station. Ich baue eigentlich im Rande drin. Ich baue nicht am Rande. Fällt mir gerade so auf. So, Pole-Sphären-Station. Was fehlt denn noch? So, Pole-Sphären-Station. Das hab ich gebaut, das hab ich gebaut. Hab ich's? Ich bin mir fast auch zu 1000% sicher, Kevin, dass seine erste Base abfackeln wird. Ja? Weil sie ist uns allen abgefackelt. Meine wurde gesprengt. Beppo hat seine eigene abgefackelt. Nee, wohl nie. Ich weiß. Wie du packen seine Dinge. Da könnte ich jetzt noch eine Stufe rausbauen eigentlich. So, dann hab ich ihr Ties auf. Fertig. Ich hab nicht genug Steine. 1.800. Ich hab nicht genug Steine. 1.800. Ich muss beim Friseur anrufen, hab ich gerade so spontan dran gedacht. Zadig. Ja? Ich werd in den Geschmack. Nur, ich möchte nicht, aber weil sie nicht mehr ist, im Vor clothen. Du hast ihre Friseur anrufen. Du hast ihre Friseur anrufen. Du hast deine Friseur anrufen. Du hast deine Friseur anrufen. Das ist Voraus. immer wenn er du hast nicht genügend material gehst du einen schritt nach links hast du hast du plötzlich 2000 steine ich habe mir immer noch voll klein zu sein die base jetzt wo ich den umriss gemacht habe die kann ich auf dem fließband erst herstellen so jetzt mal schauen das mal alles rüber nein was mache ich auch den bruder der das hier abgebaut gehst du das bitte abbauen das wäre sehr nett von mir dankeschön immer weiter also dass dem nicht schwindelig wird du musst das abbauen nicht praktisch stelle ich will mein haus dahin bauen ich glaube an dich go 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 wupp wupp gib alles ich bin ich bin das nur auf könne m ich glaube an dich dass du das hinkriegst ok es können diese frische bringt ein peter mit das sind diese frische die man benutzen kann und die pols was beizubringen oh la la der braucht lange für den stein ich habe jede menge tomaten wir haben es gleich was so gut gemacht und jetzt gehst du wieder zurück in die pollbox ich habe dich nur deswegen gebraucht ich habe sie da wieder chillen wo ist ein erz mann ist er weg er ist weg ja stimmt ich brauche noch einen poll der befestet da war ja noch was so das heißt wie viel arbeiter habe ich hier den kann ich weg nehmen ich brauche ein bewässerungs der dino ist gut für ihn bewässerungs nehmen für den dino ein handwerk meister das ist auch gut nehme ich ein wenn ich was überschneidet sich das denn mir und ich nehme eine kuh rein und ich bin wenn wir denn jetzt man und ich bin ich bin ich bin doch Das hat sich jetzt echt mit mir überschnitten, was für'n Scheiß. Ich finde ja auch so toll, dass das jetzt in der Luft schwebt. Das ist richtig ein guter Baummodus. Ich denke, das ist gut. Ich hab noch ein paar Eier. 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 Wie oft hab ich dieses Bett jetzt schon umgestellt? Mein Monk ist es mittlerweile schon scheiß eher, wie er steht. Ich bin hier gerade was am bauen, aber ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt. Ich muss das noch gucken. Aber im Bett steht eh schief. Oh. Oh. Was ist denn neu noch? Die musst du umbringen und das Paul befreien. Mal gucken. Ja. Dann machen wir noch ein paar Eier. Dann machen wir noch ein paar Eier. Dann sind die mal vorgut. Oh, was meinチuu. Ähm, ähm, ähm. Ähm, ähm, ähm. Ähm, ähm. Ähm, ähm. 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 Witzig. Was klappt er jetzt? Das ist ein Elektro-Pokemon. Wie ideal, wenn es mit alles geht, ist es gut. Oh, ja, das ist schon. Du wirst so sterben. Du wirst so sterben. Also, du wirst so sterben. 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 Ja, mit der Ausstellung hier auch. Wir greifen nur ein Dosischer- Für mich gibt aber Borkunenscher. Ich glaube, wir waren zu spät. Und das ist bis zu sein, wir müssen hier machen, für einfach immerran zu gehen. Also, ich habe mir hier ein zweistöckiges Haus gebaut. warum auch immer dann schickt doch dann den polos mir guck mal so much und dann schickst du los angriff oder wie was auch kein polos geschickt mit einem etwas bin ich reingegangen ich überlege gerade die 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 menschen die 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 glitschkönnen zu machen musste an dem Da ist der kleine Dürfscherfund. Oh, ich hab da keine Ahnung. Da. Wir gehen da hin und da ist ein Teleporter. Und da schießt du dann eine Woche. Du wartest bis dahin zurück, ob du schießt. Da gehst du an den Teleporter und du teleportierst dich du an den Dungeon ran. Da. Da kannst du um den Turm raus. Aber dafür musst du nicht auf dich mal einen Umbruch tun. Oder Beppo. Ja, hier könnt ihr auch innen gehen, aber das ist nicht wahr, bis bei den Turmen zu laufen und das klingt. Am einfachsten hast du, wenn es den Enkel schon freigeschaltet ist. Mord, eng im Wald am besten. Mh, äh, Eis. Der Pinguin. Da ist dann manchmal Wollebrand. Da ist dann auch ein... Ich muss gucken, wer ins Du willst. So, dann... ... 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 Das gefällt mir nicht, das gefällt mir überhaupt nicht. Mein Monk tut gerade sehr weh. Es tut meinem Monk nicht mehr gerade so weh. Nicht genug Material, ich habe es verstanden. Was? Ich habe nicht genug Steine, das kann doch nicht sein. Ich habe doch Steine hier, aber keine Ahnung. Sieht man, das ist auf dem Bildschirm der Ecke, das ist halt dann. Ich muss das schon wieder... Nein, Himali! Don't worry, don't worry, be happy. Jetzt habe ich hier ein Problem. Ich bin immer hier so scheiße. Was, wenn ich es so davor schiebe? Don't worry. Und dahinter? Habe ich dann hier so einen Spalt? Ja. So, dann fährt er hier mal... Das legt mich ja mit... mit dem Dingens hier an die Seite. Ich schicke dieses Holztor nicht, Beppo. Wie? Baut man das mit rein? Baut man das nicht? Baut man das davor? Oh, wie baut man das? Du kannst das davor bauen. Du kannst das davor bauen. Das will nicht davor gebaut werden bei mir. Das weigert sich wie im End. Mal gucken, dann habe ich ja hier so... Dann habe ich ja Tag der offenen Tür bei mir. Muss ich dann noch extra eine Tür bauen hinter dem Tor? Nö. Du kannst es so hinstellen, aber da kommt auch keiner durch. Kommt da keiner durch? Nö. Ich mach das jetzt besser. Wenn ich das jetzt noch zehnmal mache. Glaub mir, ich stelle es jetzt so dahin, wie ich es machen will. und dann, und dann kommt der Clou. Ich habe es die falsche Richtung gemacht. Ich kenne mich. Das ist wie letztes Mal auch mit einer Tür. Ich habe wie lange versucht, eine Tür richtig hinzustellen, bis mir bewusst wurde zum Schluss, dass die Tür der falsche Weg war. Ich musste lachen, sonst hätte ich angefangen zu heulen. Ich dachte mir, manchmal ist es halt gut, dass man nicht sieht, bis ihr klugt euch, das wird immer schlimmer. Das muss man zu zweit machen. Auf jeden Fall, da lasse ich die frei. Ich baue jetzt den Rest weiter. Das soll ich hier nie auf. Wie, nicht mit Bauwerk verbunden, willst du mich verarschen? Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht, ich muss umbauen. Ich muss die ganze Base umbauen. Wenn ich so weitermache, mache ich bald dieselben Grimassen wie Dillen. Dem. Mit der Zunge. So. 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 Jetzt, ich geh hier hin. Du gehst um die Ecke hier. Yes! Und dann, wenn mein Herz ist, wenn mein Herz ist. Ich bin so dabei, krass eine Festung zu bauen, einfach nur. Ich fang gleich an zu heulen hier. Ich bin so dabei, ich bin so dabei, ich bin so dabei. Ich hab das falsche Knöpfchen gedrückt. Ich bin hier mit meinem Tor schon seit 20 Minuten dabei. Aber ich glaube, es sitzt nicht gut. Aber jetzt kommt der Moment, Leute. Habe ich jetzt den richtigen Weg gebaut? Nein. Es ist der falsche Weg. Nein. Nein. Es ist echt der falsche Weg. Ich will halt für die Lacher aber. Gut geschafft. Ach, Leute. Wenigstens ist es lustig. Oder traurig. Ich schlache mich tot. Jetzt bin ich wieder dabei. Danach ist es mir egal. Ich pflanze einfach ein paar Blümchen dahin, wenn man es sieht. Jetzt ist es perfekt platziert. Und jetzt habe ich richtig Angst, wenn ich das baue, dass es in die falsche Richtung ist. Weil es ist perfekt platziert. Ich habe echt Angst gerade. Ich spüre, es ist wieder falsch platziert. Ich spüre das in meinem linken Zeh. Und? Und? Nein, es ist richtig. Leck mich fett. Das war jetzt wirklich, das war, das war, also. Gott sei Dank lache ich über mich selbst, wisst ihr. Genau, ich spüre mich ab. Leicha, die spielen hier wirklich mit Minえて. Guck wie er übt. Hier gehst du rein, die Tür geht richtig zu. So, ich geh ins Bad. Okay, gute Nacht, Kevin. Ja, ich fall's. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Das hier war richtig armselig, Leute. Schön, dass wir alle darüber gelacht haben. Hm. Das sieht aber nicht schlecht aus. Also würd ich mal so sagen. Dafür, dass ich hier seit dreieinhalb Stunden baue. Hm. Hm. Oder was sagst du? Gut. Jetzt kommt der Rest. Das kommt nur noch auffällend. Ja, wir sind einfach gut, gut, gut. Machen. Ach, dem ist sowieso, dem ist sowieso. Das ist egal. Wie mein Vater. Hast du gesehen? Ich hab was Neues gekauft. Hm. Tell me lies, tell me sweet little lies. Ist noch jemand so motiviert, morgen arbeiten zu gehen, oder? Bin nur ich doch... Total. Ich bin richtig motiviert. Holzball. Ich frag mich echt, wie ich fertig bringe, neun Zuschauer zu haben und niemand schreibt. Frag ich mich echt, wie ich das mache. Aber die sind nicht gekauft, das schwöre ich euch. Aber ich frag... Ja, aber... Keine Ahnung. Es ist bizarr. Aber hi an die neun Zuschauer. Wie geht's euch? Seid ihr genauso... Beeindruckt von meinen Bob-der-Baumeister-Künsten? Wie wir das Spiel indirekt... Beglitschen. Also, ist meine Base größer? Ja, die ist größer, ne? Ja. Natürlich. Es kommt mir halt nicht so vor. Aber sie ist doch... Zehnmal größer. Ja, natürlich. Es ist viel mehr Fläche. Kommt mir gar nicht so vor, halt. Warum war die andere denn so klein? Weil sie... Weil wir so wenig Platz hatten, oder wie? Ich glaube. Und viel so... Weil hier hab ich jetzt noch weiter über die Linie hinaus gebaut, ne? Weil wenn du in der blauen Linie stehen bleibst, kannst du ja ständig bauen. Auch wenn du draußen bist. Ich muss nur halt immer in der blauen Linie stehen. Mensch, das nervt mich jetzt. Ich darf meine AirPods morgen nicht vergessen, sonst... Sonst erschieße ich jemanden. Sobald... Ich mach die Mauer... Weil sobald meine Mauer fertig ist, kann ich meine Poles wieder reinlassen. Und dann können die ein bisschen anfangen zu arbeiten. So, jetzt ist meine Mauer eigentlich fertig. Jetzt kommt hier niemand mehr rein. Oder raus. Aber ich glaube, ich mach wieder so... eine Zweifach-Etage. Ich glaube, hier mach ich die Pauls-Ecke. Oder... Oder eher hier. Und hier könnte ich so lauter Betten machen. Hier könnte ich wieder eine Etage höher bauen. Das ist irgendwas. Jadi... Oh, Mann. 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 Oh, Mann.